Hallo, willkommen zurück zu Elden Ring. Ja, in der letzten Folge hatten wir eine Menge flugfähige Gegner, unsichtbar auch noch. Und diesmal uns, vor allem rote Augen in der Dunkelheit, unsichtbar auch noch. Und vor allem, äh, wollten wir jetzt in den Sumpf gehen. Mal einfach nachherin doch das Buch, so leid, na, ah ja, hier doch fertig zu haben. Und dann weiter in den Süden zu gehen. Also, damit ich zumindest die, also, ab hier so, diese Zunge und den Strand, äh, gemeistert habe. Da geht's scheinbar runter oder so. Ah, okay. Äh, Ruine. Näher wäre es, wenn ich da hinreise. Das mache ich auch. Zur Ruine an der Küste. Hallo, Lienkram. Ach, das Pferdchen braucht, der Sturmwindchen braucht man wieder, genau, äh, einen Hilfsstart. Ja, waren hier nicht die Dinger letztens? Eine Gruppe, irgendwas? Wetterlinge, Feuer. Wer auch immer hier ist. Oder war. So. So. I will hopp. Hm, so viele Blumen. Näääääää. Ach, cool. Warum kann ich hier Wölfe rufen? Ist der Boss? Oh. Okay, was sagt der? Sag der, Dovakin, Dovakin oder so? Achille, oh Achille, oh Achille, oh Achille, oh Achille, 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 ach Ok, Runde gibt es hier also auch. Wo ist die Livelle? Hab ich gesehen. Komm, mach hin. Wieder greifst du an oder nicht? Du greifst an. Ich hab mich daneben gemacht. Oh, Mann, oh. Also, daneben gemacht klingt auch irgendwie so ein bisschen falsch. So. Moment, das vorhin war doch gerade mein erster Hund in diesem Spiel, oder? Ich glaube schon. Drachen verbrannte Ruinen. Das erklärt doch, warum der Turm so geglüht hat. Und da immer noch. Genau, da. Und da plötzlich vermies ich. Da ist er. Fertig, Flamme. Fertig. Fertig, Flamme. Fertig, Flamme. Der Turm. Fertig. Fertig. Fertig, Flamme. das geht also auch okay oh ich bin nicht gut da ok ach ja ich habe doch letzte oder vorletzte folge ja was bekommen irgend so was neues ne wie ist das kriegsasche genau kriegsasche leide oder eidut verwendung mit katanas leidende wasser affinitäten unter dem zu katanas mann ich habe noch was Oder ein Leuchtschädel. Gut. Wenn ich den Schädel nicht verwende und den ablege. Ah, das macht keinen Unterschied. Ich würde dann wissen, ob ich mittlere Belast habe oder immer noch große. Aber kann ich mich nicht vorbeimetzeln, oder? Also hier schleichen kann ich. Was ist das? Ah. Nein. Okay. Ich brauche mein Pferdchen ganz kurz. Unter meinem Hintern bitte, nicht hinter mir. Wow. 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 Ist das hier der Boss? Ich brauche mein Pferdchen. doppelklinge star wars intensiv heißt also eigentlich darf maul aber ok geschick 18 nein nein mann doppelklinge gott und jetzt oh Gott wie cool ist das denn und jetzt Alter wie cool ist das denn da 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 ha 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 Boah voll cool. Oh 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 oh. Beyblade, Beyblade, ist nicht drin. Oh 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 oh. Schade, ich brauche 18 Geschick. Wie viel das Ding braucht ihr? Wie viel 18? Oh oh oh. da könnte ich auch den pflege verwenden der angeblich blut schaden verursacht an gibt ach da steht es passiv effekt wird blutverlust aus 50 die fackel auch noch ein bisschen feuerschaden ok 18 aber ich habe so viele mehr gründe mehr auf geschickt zu gehen wenn ich mich nicht umbringen dass ich mal die klinge ich bleibe mal weiter beim schwert weil der macht guten schaden ja da ist eine fede muss nicht ach so das ist das die ok so sind die fede muss also ja 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 okay da ist ein wund ich habe es doch blätschern gesehen oder jawohl okay was Mein Schwert ist länger als Denefackel, ne ne ne. Wo ist das, was du? It's time to duel Oder auch nicht Ach, die sind unschuldig und ich hab die eingegriffen Ja, wäre schön, wenn ich die Hunde irgendwie befehligen könnte Junge, renn weg Meine Hunde kennen keine Freunde und keine Feinde Also, können nur mich und Feinde Sorry, Bro So, was gibt's hier noch? Okay Oh, Steinschwertschlüssel So, wo man da eine Ratte gemacht hat Ist das ein Item oder ist das ein Schwert? Oder ist das ein Item? Ähm, ist das ein besonderes Item? Hächel, 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 Hächel Ja, 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 guter Hund Guter Junge Bricht ein Wichtziegel an Statuen Das ist ein verwendbares Item Okay Ein schwertförmiger Steinschlüssel Oh, Steinschlüssel Zerbricht das Siegel Zerbricht das Siegel von Wichtstatuen Bleibt nach Benutzung aber in der Statue Kann als Gegenstand haben Wenn wir einmal verwendet werden Überleglich also gut, wann wir ihn benutzen Wir haben am Anfang doch so eine Ich dachte gerade, die, 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 die Dings lebt wieder Die Ratte Wir haben doch am Anfang Und der Groft Da, wo wir hingekommen sind Als wir Als ich zum ersten Mal Geklatscht wurde Äh Da war doch so ein Ding, ne Wofür man Den Schlüssel verwenden sollte Hier ist nichts mehr, hier ist nichts mehr Okay Habe ich aber schon alles durchsucht Okay Soll mir nur recht sein Gut Dann gehen wir halt da runter hinten Und durch zum Boss oder so Nein Zu den Ratten hin Gut Mann Oh Gott Hilfe Die Ratten machen unangenehm Schaden Daneben Ich glaub's ja nicht Jawohl Pass Oh Das war eine Gegnergruppe Toll Hm Kann ich Wölfe nochmal beschwören? Okay Jetzt wird's interessant Ich heile mich mal Zaubern Äh Halt So genau Echt? Das war's schon? Na gut Dann soll das reichen Oh Oh Wo sind viele Trubern hier Okay Äh Was ist denn Was ist denn Ähm... Nein? Nein. Das war's dann sonst. Okay. Was auch immer das ist, ich lasse mich davon nicht ertappen. Vielleicht so eine Falle oder so. Ja, ja, Dovakin, Dovakin, lalalalalala. Füße rechts, Füße rechts, lalalalalala. Äh, das war die Ruine dann. Wir haben uns alles hier angeschaut. Ach, Leute. Hat doch nichts gemacht. Danke trotzdem. Eine rohe Frucht. Wohin als... Ah ja. Wir sind ja... Ja. Wir sind ja zur Zeit im Fluss unterwegs. Äh, im Fluss sage ich im Sumpf. Wo bin ich jetzt? Ah ja, Karte. Ah, okay. Da ist ein Inselchen. Da ist ein Inselchen. Da ist ein dunkles Loch. Geh mal ins dunkle Loch. Äh, das will schießen. Und ich geh erstmal vielleicht da. Das leckt Hilfe. Ich darf nicht, dass ich meine Umgebung kontrollieren. Oh. 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 Ob die Wölfe sterben? Von von. Und Gif. Hallo. Bin ich gerade nicht vergiftet? Ich wollte zwar die Wölfe noch zur Krabbe mitnehmen, aber okay. Wie viele sind das denn? Ach, du Heilige. Ich dachte gerade, die Krabbe kommt zu mir gerannt. Das ist ja wirklich eine Menge. Ach, du Heilige. Also, 1, 2, 3, 4, 5, oder 6, oder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich frage mich nur, was das für ein Item ist. Was ist das nächste Ziel? Der da. Der? Nee, doch nicht. Okay. Ja, das wird jetzt ein bisschen dauern. Als ob die Wölfe vergiftet werden können. Das ist doch total absurd. Das ist, das sind Geister. Die können keinen Status haben. Oh. Oh, noch drei, noch drei. Alles klar, ich bin zu müde. Kann schon mal das Ding nehmen. Atemplatz. Toll. Wo liegen die eigentlich? Viele. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, oder? Keine Ahnung. Dankeschön. Äh, wohin jetzt? Da hält die Krabbe. Halt, hab ich da leuchten gesehen? Nein, okay. Ja, nur schon. Huch, nein, das wollte ich nicht. Nein, man. Äh, 25, das geht ja noch. Das geht ja noch. Da, wo bin ich. Da, rechts. Rechts ist was. Ach, hier. Hier ist nichts. Doch, hier ist was. Was ist das? Trinas Lilie. Okay. Trinas Lilie. Findet man immer seltener. Ups. Eine hellviolette Wasserlilie zum Verwelten droht. Materialzeichnung für Objekten findet man immer seltener. Ein Symbol des Glaubens an Santrina. Stumpft diese ab. Verhindert Aufregung. Aufregung. Betäubungsmittel sozusagen. Alles klar. Ach, komm, lass mich in Ruhe. Alles klar. Ich schätze, ich muss mal, wozu gegen die Krabbe kämpfen. Nein. Was ist das denn? Ach, das sind kleine Krabben, auch wie gut. Okay. Nope. Gibt es hier noch was? Nein. Boah, wenn es Dark Souls ein Pferd gegeben hätte, das wäre ja einfach gewesen. Nope. Kein Bock auf die Krabbe. Eine bringt doch nichts, oder? Ein Piers. Äh. Jetzt wohin. Dahin. Oder? Jo. Das ist gut. Aha. Nee, irgendwas. Ein Pupspickel. Du bist ein Puckstüttel. Was ist hier? Die Schnurrk. Was war das? Was war das? Was war das? Ach doch, was ist das da? Mann! Was war das? Ich in die... Diese... Prelette! Maus. Na gut, komm her. Ups. Nein. Ich gucke das in Skelette. Ups. Ups. Ich hab euch gesehen, ich hab euch gesehen. Diese Anvisierung. Wah. Nein. Nein. Ach pastor. Man. Das war der Geist. 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 Ich denke wir bei ihr. Ich habe doch einen Schaden. Ich glaube es ist das Ding. Ich sehe aus wie ein Wickeln auf dem Pferdfeld mit gerade aus. Und eine Lebelle. Halleluja. Wenn ich jetzt sterbe. Das war irgendwie besser. Und erst wieder da. Ja. Oh. 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 Was? Was? Was ist doch? Was? 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 So. 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 Oh, komm her. Das ging schneller. So. So. mal gut zwei naja Nein, das ist gut. und dann kam noch jemand vermutlich die polizei oder so zwischen gegen den ankommen mit seinen blutwind ätzend diesmal gehe ich mal einfach nur ganz durch hallo krabben die 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 okay die 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 Nein! Ich sauberte ja, ich kann die nicht... Nope! Oh lol! Das ist doch nicht die Möglichkeit! Wie soll ich den denn bekämpfen? Das ist doch nicht die Möglichkeit! Das ist doch nicht die Möglichkeit! Hmm. Okay. Cool. Hmm. 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 Das ist unvertrieben. Oh, er macht das Schaden. Was? Oh, jetzt kommt es nicht so gut in die Bälle. Heck ja. Den Schaden. Oh, genau. Genau. Das ist ein Schaden. 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 kann ich nicht verbinden oder und doch ich kann es da bin ich möchte mal was ausprobieren ach so nein nicht da nicht da nicht da nicht da nicht da statt den schild und schwer jawohl ich hoffe mal das bringt was ja ich hoffe wirklich sehr das bringt was den schildern den schildern und den schildern die 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 was war kriegsasche mit kann ich mein pass ein breitschwert womit kann ich mein breitschwert ergänzen macht also eine wille was macht ich seine wille was machst du ja aber was macht das wer hat euch ein vergespräch des talent eisener will ein talent der ritter halte die waffe eure gesicht sammelt eure entschlossenheit um euren nächsten angriff zu verstärken ja also ein talenter schwertkämpfer aus dem schilfland ist ihr steckt die waffe weg und halte jetzt eine konzentrierte haltung an der hüfte dass wir einem normalen oder starken angst machen ein bisschen ein lieb auszuführen ok ok so 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 Oh! Und nun den. Jawohl! Jawohl! Oh! Oh! Ja! Nice! Yes! Du warst ja ein Schwertpossilin! Ich komme mir vor so ein bisschen wie Hertha Link oder keine Ahnung was. Oh! Das Spiel ist so super. Herbeirufen anderer Spieler. Benutzt eine Krummfingermedizin um die Rufzeichen von Spielern aus anderen Welten zu offenbaren. Rolten Zeichen stehen für Verbündete. Rolten Zeichen stehen für Gegner. Die Mehrspielerpartie beginnt sobald ihr ein Rufzeichen benutzt habt. Die übernehmen dann die Rolle des Wurz der Finger. Er klärte seine Welt zurück und also sein Ziel erfüllt hatte. Jura Jäger der Blut... Wer? congelu ja ok! Wer ist mir eigentlich zur Hilfe geeilt? Angeblich! Alter voll cool! da sind wir voll cool. Oh mein Gott. Der hat gar nichts gemacht. Fast. Oder der Steuerigkeit gerade wurde erleichtert. Du wkrsch. Was habe ich bekommen? Irgend... so ein Ding. Wo war das? Oder wo ist das? Ach ja, das ist die Map. Kann ich die lesen? Ich kann die lesen. Das Reich der... äh, dem Grave liegt zweidüglich des Erdenbaums und reicht bis zu den nordwestlichen Klippen von Stummschleier. Unter seinem stets Wolken vorhandenen Himmel erstrecken sich die großen Steppen des Bahlenlandes. Aber was habe ich... Das ist eine Waffe. Das ist das Messer. Ach, du heilige. Redu wie ein gezahnter, auffällig gekrümmter Dolch. Die gekostrückte Waffe der Adligen, die dem Fürsten des Blutes dienen. Mit wuchschbarer Leichtigkeit reißt diese Klinge tiefe und stark blutende Wunden. Ja, aber wie? Übertrieben. Die Waffe ist permanent mit Blut befleckt, als wollte sie mit stolzem, bütterliches Design rühmen. Einzigartiges Talent, Redu wie er Blutklinge. Blutklinge. Ah, wird einen Schnitt mit dem Dolch auf, um deine Blutstropfen in fliegende Blutklinge zu verwandeln. Äh, die Blutungen verursachen. Die Klingeln lassen sich schnell hintereinander abfeuern. Alles klar, was brauche ich dafür eigentlich? Ach, Kahn, Energie 13 und Geschick 13. Oha. Aber alter Doppelschwerter. Oha, das ist so cool. So, was ist hier eigentlich? Kann ich mein Pferd wieder rufen? Ja, kann ich. Nice. Ist hier so ein Nicht-Burz? So mal. Tools-Bus-Hülo. Ja. Nice. So. Dann setze ich mich doch hin. Das war ja cool, so ein Miniboss-Kanzon. Aber die Schwerter. Oh, die Schwerter sind... Mua. Hm. Chefskiss. Äh, gut. Stufenaufstieg. Das wollte ich. Äh, Geschick. Ich will ein bisschen mehr Geschick. So. Jawohl. Oh. Ähm. So kann ich jetzt... Kann ich jetzt... Nein, 18 brauche ich. Alles klar. 18. Okay. Ja, gut. Kann ich ein Schild... Kann ich eigentlich noch ein Schild ausrüsten? Äh, warte mal. Dann hier ist das schwer. Ja, ich kann... in der nächsten folge würde ich sagen wenn wir schon mal hier sind wir schauen uns das ding zu ändern das dort was da ist ja und dann ist die folge vorbei und dann ist alles verbrannte schalterhaufen ok das hat ein schwecken das ist ein schattel ich dachte da geht es tief runter aber warum sind die da alle so verbrannt ach du heilige ein radar sagt mir nichts außer jetzt aber die dinge ok ganz schnell buch nein hier war das Wow. So, das waren die. Ah, eigentlich ganz schön hier. Blumen, Dünger, Hö. Oh, nein, 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 nein. Wut sind nachstu. Oh. Das war nicht so gut. Oh, Dankeschön. Okay, jetzt. Ach, die. Oh Gott. Geld. Geld. Okay. Oh. Oh. Ah, übersprungen. So. Jetzt. Äh. Exdozieren. Das Flaminar war da. So. Ach, das war's schon. Okay. So, was hast du hier? Eine Giftbüte. Ich glaube, ich weiß, woran du verreckt bist. Ist da eigentlich noch was? I don't. I don't. Äh. Yeah. Yeah. I don't. Achso, da ist ja noch einer. Wie geht es da doch weiter als gedacht? Ich glaube, wir sind gleich fertig. Gleich haben wir es. Ach du Kling. Was bist denn du? Eine Libelle? Sie sieht aus wie eine Wespe. Oh. Oh, okay. Ich warte bis trotzdem du durchkommst. Hat er noch was? Nein. Okay. Alles gut. Hast du was für mich? Steuern oder so? Nein? Zeig mich. Okay. Hallo? Jemand zu Hause? Hallo? Oh. Hallo? Tunstall. Da kommt noch ein Dungeon. Ja, heilige. Läuft. Okay, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ich mache hier aus, mache in dem vorigen Dungeon weiter und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Okay? Okay. Dankeschön fürs Zuschauen. Äh. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.